...des McArthur Glen Designer Outlet Centers in Neumüster, die Prüfung Nummer 8, eine Prüfung der großen Tour. Und in dieser Prüfung, meine Damen und Herren, siegte fehlerfrei und sagenhafte 50,82 Sekunden Bolivia und Maximilian Wächter, Polen, herzlichen Glückwunsch! Und ich bitte Sie nun, sich von Ihren Plätzen zu erheben, zu Ehren des Siegers, die polnische Nationalhymne. Herzlichen Dank! Meine Damen und Herren, da steht der glückliche Sieger, toll gemacht, ganz früh vorgelegt, nicht mehr geschlagen, die Zeit und die ersten Glückwünsche, die gibt es von Sönke Sönsen, der gemeinsam hier mit seinem dänischen Kollegen diese Prüfung gerichtet hat. Er gratuliert natürlich auch im Namen seines Kollegen der Jury. Und dann freuen wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Marketingchef des McArthur Glen Designer Outlet Centers hier in Neumünster bei uns zu haben, Herr Thorsten Wiegelmann. Von ihm gibt es die Glückwünsche, die Ehrenpreise, gemeinsam mit einem Mitglied der Turnierleitung, mit Jörg Baldschroßchatt. Und für den Veranstalter gratuliert natürlich ebenso Marion Krebshöfer. Tolle Preise gibt es zuhauf für den ersten natürlich, für das Siegerpferd, für die Bolivia, die Decke Holstein International, die gegeben wurde von der Firma Reitspanz Sievers in Pflicht. Und auch den Ehrenpreis überreicht hat und gratuliert hat. Und wir gratulieren noch einmal Maximilian Wächtern zum Sieg, gratulieren allen Platzierten. Und jetzt geht's los, jetzt geht's auf zur Ehrenrunde mit Ihrem Ehrenpreis, Ihrem Applaus, meine Damen und Herren. Auf geht's! Und jetzt geht's! Und noch einmal der Siegergänze allein Maximilian Wächter bei den Damen und Herren. Und noch einmal der Siegergänze allein die